Dann mal auf mit der Tür. Okay, hier drin muss irgendwas sein, womit man die Tür zum Vulkan öffnen kann. Ich folge dir. Was ist das? Sine-Technologie. Sieht wie eine Art Speichergerät aus. Aber wofür? Mal sehen, was mein Fokus uns sagt. Dann mal los! Ich rieche es bisher. Wie Alkohol, der zu stark zum Trinken ist. Was? Vielleicht ein Konservierungsmittel? Reagenzgläser? Für ein Experiment? Oder nur um Proben zu nehmen? Schreie es bisher. hier wird angedeutet dass haare von den quen gesammelt wurden und nagelabschnitte was hast du rausgefunden ich glaube launderer sammelt und konserviert den abhoben der quen in diesem gerät dna so was wie ein speicher für die physische essenz einer person ich schicke dir später daten darüber okay schätze ich dann mal weiter ja ja kein sehr einladender stuhl aber die konsole könnte nützlich sein hier ist ein netzwerk aber es ist gesperrt vielleicht kriege ich zugriff wenn ich den strom kurz aus und anschalte kurzschluss ich brauche wohl einen neuen akku das waffenlager war früher eine krankenstation für kleine belger ihre mami im park verloren haben wie passend dass ich es für meine eigene keine brot benutze hier kann ich in den quen rumstochern und in ihre medizin einflößen hier 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 das hier sieht aus wie zellen für einige der quen die Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belgier, die ihre Mami im Park verloren haben. Wie passend, dass ich es für meine eigene kleine Brot benutze. Hier kann ich in den Quen rumstochern und in den Zähler flößen. Wie kriege ich den Daten, wo ich ihn brauche? Wie läuft es bei dir? Ich glaube, ich weiß, wie ich in die Systeme der Anlage komme. Aber erstmal brauche ich wieder Strom. Okay. Aber grill dich nicht. Also gut, der Akku ist bereit. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Also gut, Strom ist da. Ich hoffe, das setzt das Netzwerk zurück. Hey, die Tür ging gerade auf. Ich komme zu dir. Der Apfel ist eine Orange. Antworte. Was ist das? Antworte. Antworte. Der Vogel ist ein Fisch. Antworte. Antworte. Das Dreieck, das Dreieck ist ein Quadrat. Antworte. 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 Das ergibt keinen Sinn. Er will nicht, dass die Quen selbstständig denken. Ich habe das Gefühl, das ist M.O.P. Ah, nein. Er manipuliert sie. Antworten. Antworten. Weiß Gehorchen. Weiß Gehorchen. Wir müssen ihn aufhalten. Aloy, die die anderen Mitglieder von Fasinith ausgeschaltet hat. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja. Dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Londra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay. Wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Londra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen und erzieht sie dem M.O.P. dieser Art... ...Gehirnwäsche. Aber andere wie... ...Sakers Schwester scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen und sie mithilfe der gespeicherten Quen-DNA bevölkern. Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein... ...Gefolge. Eine Art Familie, die mit ihm die Kolonie regieren wird. Weh. Götter. Ein treffender Vergleich. Nur, dass nur... ...Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von Ihnen M.O.P. einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich... ...weiß sehr genau, wie so etwas ist. Was genau ist M.O.P.? Kann Londra wirklich Gedanken kontrollieren? Walters Unternehmen fördert Edelmetalle auf erdnahen Objekten. Es gab Bedenken, dass solche Asteroiden in den falschen Händen als Geschosse aus der Umlaufbahn genutzt werden könnten. Das Meuterei-Unterdrückungsprotokoll war ursprünglich eine Sicherheitsvorkehrung, um Astronauten an genau so etwas zu hindern. Jedoch wurde das Programm abgebrochen, da die Probanden zunehmend aggressives Verhalten zeigten. Als wir hier ankamen, reaktivierte er das Programm, verfeinerte es und testete es an den Quen. Und gegen die Testpersonen haben wir wohl gekämpft. Ja, wegen ihrer aggressiven Tendenzen sind sie nützliche Wachen und Vollstrecker. Nun aber wird Walters Gefolge, seine Lieblinge, dem verfeinerten Verfahren unterzogen. Das sie unterwürfig, aber nicht irrational aggressiv macht. Bekam Kina schon eine Gehirnwasche? Nein, wir können sie noch vor diesem Schicksal bewahren. Laundra befragt also die Quen, um sein Gefolge auszusuchen, und die helfen ihm, seine neue Kolonie zu regieren? Er nennt es Vorsprechen. Er will Gefährten auswählen, die ihn an Mitglieder seines inneren Kreises im 21. Jahrhundert erinnern. Dabei will er aber alte Fehler nicht wiederholen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn mal verraten. Deswegen nehme ich an, ist er so darauf bedacht, MOP zu nutzen, um alle um ihn herum zu kontrollieren. Also will er treue Freunde, die bloß nicht selbstständig denken sollen. Und Kina soll bald zu diesem Gefolge gehören? Richtig. Und das in der wichtigsten Rolle. Der von Walters Partnerin. Er sucht eine, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Eine Schauspielerin. Er lässt Kandidatinnen sogar Zeilen aus einer ihrer bekanntesten Holos vortragen. Ich glaub, mir wird schlecht. Kannst du mir was Nützliches über Nemesis sagen? Leider nicht. Walter sperrt diese Dateien. Das liegt wohl daran, dass ich wie Nemesis eine künstliche Intelligenz bin. Ja, nicht, dass du neue Tricks lernst. Er hat immer Angst vor Verrat in jeglicher Form. Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja, aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52 Prozent, meine Unbeschwertheit bei 63 Prozent, während sie gestern bei 47 Prozent und 72 Prozent lagen. Allein in den letzten sieben Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Du sagtest, du hilfst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war tausend Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja. Bitte, lass mich ruhen. Na gut. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Sehverteidigung der Einrichtung deaktiviert, falls ihr Zugang benötigt. Danke. Und mach's gut. Endlich. Ich bin frei. Londra verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. Das muss aufhören. Das ist erinnützende thứ. Umsatzeffnung? Nein. Was erinnützende? Okay. 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 Die Zeit wird knapp. Je eher ich den Planeten verlasse, desto besser. Wenn ich nicht bald einen Favoriten habe, muss ich meine Ansprüche runterschrauben. Nach ein oder zwei Generationen kann ich sie immer noch austauschen. Es tut mir leid, Walter. Ich bin etwas neben der Spur. Es ist ganz normal, nervös zu sein. Brauchst du etwas Zeit? Nein, nein, nein. Ich schaffe das. In Ordnung. Entspann dich. Nimm dir kurz Zeit. Und versuch es nochmal, wenn du bereit bist. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Okay. Vielen Dank. Versuchen wir es mit Kina, ja? Ähm. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Du bist wirklich was Besonderes, was? Weißt du, du erinnerst mich sehr an jemanden. Und doch mit einer ganz eigenen Schönheit. Ehrlich gesagt, es ist einfach inspirierend, vor dir zu stehen. Nein. Du bist inspirierend, Schützchen. Nein, Seika. Würdest du dir etwas ausmachen, wenn wir das noch machen? Oh. Seika! Sofort weg von ihr! Ich verstehe. Die rothaarige Rächerin hat mich endlich eingeholt. Nova, wie ist der Pöbel an dir vorbeigekommen? Nova? Nova ist weg. Sie hat es nicht länger mit dir ausgehalten und ich verstehe, warum. Ich dachte, die anderen Sinus wären ekelhaft. Aber du übertriffst wirklich alles. Oh ja. Ja. Ich bin anders als die anderen. Ja. Unter anderem habe ich einen Weg gefunden, euch wie ein Insekt zu zerquetschen. Hauptsache. Eine Schande. Hätte es mein leuchtender Stern sein können. Mit meiner Zenitwaffe sollte ich das schaffen. Was ist das? Das war's für heute. Ich will nicht sterben! Gut, ich werde ihn finden! Ich werde ihn nicht berwenzen! Oh nein! Oh Ist sie okay? Ich glaube, sie braucht Zeit, um zu verstehen, was passiert ist Aber sie weiß, wo noch mehr unserer Leute sind Und eins ihrer Boote liegt in der Nähe Wir sammeln ein, wen wir können und zurück zur Siedlung Okay Aber dann musst du mich bei Laundra's Bunker treffen Er sagte, er könnte uns wie ein Insekt zerquetschen Und er meinte wohl nicht den Schlachtrücken Er arbeitet an etwas Großem Wirklich Großem Ich bin da, versprochen Das ist das Mindeste nach dem Tag Hey Das waren wir beide Das ist gut, Säcker Tja, seit Nova das Zenith-Abwehrsystem abgeschaltet hat, kann ich hier rausfliegen Mit der Jolle zu fahren, sollte auch wieder sicher sein Ich muss Laundra ein letztes Mal verfolgen Laundra Okay Es ist okay Danke, Aloy. Wirklich. Das kommt in meinen Vorrat.